Hallo, ich wollte euch schnell mal Danke sagen. Schaut mal hier rum, hier, 9.999 Abonnenten, das war am 16.05.18, ungefähr gegen 15 Uhr. Und eine Minute später schon waren es dann 10.000. Liebe Leute, danke, ohne euch wäre das nicht so weit gekommen. Aber weshalb ich das Video mache, ist eigentlich nur, ich möchte mal einen kurzen Rückblick geben und einen Ausblick, denn es gibt was Neues und Schönes, glaube ich. Tja, Danke ist der eine Grund und der kurze Rückblick. Wie das alles begann, wisst ihr, ich habe das damals gut gemeint. Ich habe einfach bloß meinen Unterricht mitgeschnitten und weil sich das auf YouTube am besten macht, da habe ich den auf YouTube veröffentlicht, dass daraus so ein Kanal geworden ist. Donnerwetter, hätte ich nicht gedacht. Es hat sich wirklich schnell entwickelt, denn jeden Tag kamen neue Unterrichtsmitschnitte dazu. Aber das hat nicht lange gedauert. Wer das Video noch kennt, ihr könnt ja mal hier suchen, weiß, wie das dann weiterging. Es wurde mir verboten, das mitzuschneiden. Mir wurde sogar Nachhilfe verboten. Kostenlos. Kostenlose Nachhilfe wurde mir sogar verboten. Alles solche Dinge kamen dann dazu und das alles eben, weil manche Kollegen dann sagten, welche Unverfrorenheit seinen eigenen Unterricht auf YouTube zu veröffentlichen, das geht doch nicht, na und so weiter. Egal. Der nächste Ärger kam dann, aber ich glaube, jetzt wird alles besser und wenn das, jetzt der Ausblick, wenn das wirklich so kommt, dann werde ich wahrscheinlich ab neuem Schuljahr an einem privaten Gymnasium unterrichten und drückt mir bitte dafür die Daumen, dass das klappt. Denn, unterm Strich heißt das, es kommt wieder jeden Tag etwas Neues dazu. Etwas Neues. Nicht das, was wir schon hatten, sondern ich werde dann wahrscheinlich dadurch jedes Mathe-Thema einer normalen Schule und Gymnasium ist eine normale Schule mit hier veröffentlichen können, sodass dann wirklich der gesamte Schulstoff komplett ist. Dass es bis jetzt geholfen hat, habe ich an euren vielen netten Kommentaren gemerkt und wenn es so weitergeht, naja, dann werden wir wohl alle nicht dümmer. Und drückt mir die Daumen, dass das klappt. Nochmals danke und alles Gute für euch. Joa, dann tschüss, ne.